Hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Wick. Ja, mal ein wenig gekürzt den Titel. Wir haben ja gesagt, dass wir mal ein paar Sachen ausprobieren wollten. Und zwar Klebeband. Okay, die passen nicht zusammen. Ja gut, das sollten wir wahrscheinlich nicht kleben. Das auch nicht. Gut, dann hatten wir ja gesagt, dass wir erstmal zu Justin nochmal wechseln. Weil da konnten wir, glaube ich, ja auch noch einiges angucken. Mit dem Ohrmännchen konnten wir, glaube ich, nicht reden. Psst, excuse me, Mr. Caveman, Sir. Ah ja, 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 das hat er letztes Mal auch schon... Oh, hier Vorhängeschluss. Okay, die kann man einzeln anwählen. Aber der war doch so scharf auf die Sardinen. Ich wollte gerade sagen Thunfisch. Ähm, jetzt probiere ich nochmal kurz. Okay, okay, dann probieren wir es einfach mal bei ihm. Vielleicht fängt er den Dinosaurierter. Ähm... 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 Kann ich denn eventuell... Ah, wie geil. Okay, dann wollten wir uns ja noch umschauen. Merkt er das, wenn wir das nehmen? Achso, okay, dann probieren wir es mal hier mit. Das sieht gut aus. Was ist mit den anderen Sachen? Die Kaffeekanne können wir wahrscheinlich so nicht nehmen, oder? Ja, das dachte ich mir. Das ist auch ein Notizbuch. Kommunikator. Können wir damit irgendwas machen? Ja, ich möchte eine defekte Einheit melden. Probieren wir einfach mal. Probieren wir einfach mal. Ähm... Wie... Der hatte sich nicht mit MT vorgestellt, oder? Hat der nicht irgendwas mit Q oder QR gesagt? MT-36 Oh, that agent has already been taken out of circulation, I'm afraid. Good old MT-36. Obsessed with interrogation he was. He was recently liquidated by another agent. And a particularly mean one of that. I don't recall the agents name. But I wouldn't mess with that guy. Okay. Sorry, don't have one. Ähm... Dann vielleicht einen Notruf absetzen? I need to send out a general distress message. So, what's up? Nur ein Scherz. Ja, super. Nothing to report at the moment. Oh, you had me all excited after a while. Have a good day. Any day in service of the Pythornic Headpire is a good day, sir. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir erstmal mit dem. Juhu, Mr. Pythonic Agent, sir. You do not yuhu an agent of the Pythonic Empire. Pythonic? Yes, Pythonic. I kind of like saying that. Pythonic. Noted. So, ich nehme nicht an, dass du mich einfach herauslassen kannst. Was machen die Agenten? Ja, ich frage erstmal das Erste. I don't suppose you could just let me out of here. I suppose you're right. When I track down time travelers, I do things by the book. Incorporate. Interrogate. Liquidate. Ay, caramba. Ay, caramba. Was machen die Agenten des Pythonischen Imperiums in ihrer Freizeit? So, was machen die Agenten des Pythonic Empire für Spaß? Well. Wir sind alle große Fans von Agent Ruthless. Oh? Agent Ruthless, er ist eine große Star, in meiner Zeit. Als seine eigene Show auf Netflix und alles. Würdest du auch gerne deine eigene Serie haben? Würdest du auch gerne deine eigene Serie haben? Würde ich? Ich meine... Oh, du bist gnadenlos. Oh, du bist gnadenlos. Oh, du bist gnadenlos. SCP-42. That's your name. Wow, that's my serial number. Why? Oh. No reason. What, you don't think it's actually a nice ring to it? I mean, I know it's not Agent Ruthless or whatever. It's a very nice name. Also, er hat es natürlich nicht eben gesagt, sondern in der letzten Folge. Ähm, also danke fürs Gespräch. Well, thanks for the chat. Yes, yes, very nice. For the chat? Wir haben noch gar nicht gechattet. So, dann rufen wir die jetzt nochmal an. This is the Pythonic Robotics Hotline. As seen on a smash-hit show. Agent Ruthless, no less. Ich möchte nochmal eine defekte Einheit melden. I'd like to report a faulty unit, please. Oh, I see. Could you tell me the serial number of faulty unit, please? Ja, jetzt haben wir sie drin. QP-42. Hm, let me check. Yeah, we do have that unit on file. Please on, while I take this unit out of circulation. Oh, what's this? Incoming transmission? Self-destruct? Crap-autumus? Are you hearing this, time-traveler? Sorry, what? You wouldn't have anything to do with this, would you? Nein. Oh, you mean the whole self-destruction thing? Well... Sorry and all, but you were going to liquidate me, you know? Well, let my final log message reflect that I was somehow compromised by unauthorized time-traveler, Justin Wack. And also, the pythonic empire would be wise to invest in a more modern power source for its interrogation devices. Oh, scheiße. Okay. Ähm. Und er macht noch weiter. Ja, warum nicht, ne? Was ist denn das hier eigentlich an dem Hut dran? Können wir da irgendwas mit machen? Hey, there's a pin on it. Ach, ne Anstecknadel? Ne, oder? Those snakes kind of give me the shakes. Das ist doch... Naja, gut. Sieht so ein bisschen aus wie diese... diese... äh... Ach, diese medizinischen Schlangen. Hehehe. Dieser Blick, ich find das einfach genial. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Was haben wir denn hier noch? Können wir nichts zu machen? Oh, was war das? Es sieht so aus wie ein kräftes Porthol in irgendeinem kraschenden Vehikel. Ich glaube, es gibt jemanden auf der anderen Seite. jemanden mit großen Händen. Ähm. Ich glaube nicht, dass ich das Ding öffnen werde. Okay. Sollen wir ihn auch befreien hier? Dann können wir das natürlich nicht, äh... Ja, aber wenn er weiter so fleißig ist, dann doch bestimmt. Was ist denn... Kann man das nicht machen? Genau. Hm. Let's have a look. Zeitreisende, die zur Rechenschaft gezogen werden mussten. Also known as Clued. Ach so, ich bin derjenige, der rausgekommen ist. Okay. Ach so. Heißt das... Moment, was war das für ein Name? Caveman. Caveman. Aber das ist jetzt... Nee, ich heiße ja Justin Wick. Dann sind das vermutlich die, die eigentlich in den Abspann gehören. Also sprich, diejenigen... Ja, die... Not sure who. The Doctor. Okay. Ich nehme mal an, dass das eine Anspielung sein soll. Auf Doctor Who. Übrigens, äh... Sehr, sehr gute Filme, muss ich sagen. For some reason, I expected Robots to have more human-like Handwriting. But I guess that doesn't really make much sense. Okay, das kann man aber nur angucken. Da kann man nichts mehr machen. Becher? Ah! Kann ich denn eventuell den Becher mit der Kaffeekanne benutzen? Und was machen wir da jetzt mit? Können wir den vielleicht ausschalten oder so, indem wir den Kaffee da reinhauen? Wer weiß. Tropfenes Wasser? Ich denke, ich werde es halten. Okay. Ja, war nur so eine Idee. Was ist hiermit? Das Wasser sieht nie so clean nach Hause. Hm, das glaube ich. Leider ist unser Wasser ja sehr, sehr... Ja, verseucht will ich nicht sagen, aber sehr... Belastet. Sieht so aus wie eine akurite Demonstration von mir, die für Julia fallen. Es ist auch schön, zu wissen, dass das Pythonische Empire sind Stickler für Sicherheitregulationen. Okay. Geht's hier weiter? Ja. 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 So. Ich verwege mich, dass ich mich ein bisschen schmerzen habe über die ganze Julia-Situation. Suicide scheint ein bisschen viel zu tun, aber... Du solltest das doch nur angucken und nicht darunter stürzen. Oh, was ist das hier? Aufzugsknöpfe. Das ist gut. Du sollst es trotzdem benutzen. Oder... Oder kann ich das Handy damit benutzen? Doch. Äh. Okay. Ich habe jetzt nur gedacht, Bluetooth, Handy. Einfach mal ausprobieren. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass das funktionieren würde. Also, da können wir entlang gehen. Das ist die Frage. Schmetterlingsnetz. Kann ich das da drauf anwenden? Oh, ernsthaft? Nee. Okay. Ich weiß ja nicht. Wenn man sowas schon hat? Kann man reinfassen? Okay, vielleicht sollten wir wirklich mal reingreifen. Können wir die Käfer vielleicht irgendwie da reinkriegen? Wäre jetzt so ein spontaner Gedanke. Vielleicht auch... Ich glaube es ja nicht, aber vielleicht auch. Ich glaube es ja nicht, aber vielleicht auch. Ja, okay. Na ja, packen Kaugummi. Das denke ich mal nicht. Oh. Oder? Äh. Okay. What was that sound? Oh. Sorry. Did not expect you to talk. Well. I'm Osric. I've never heard of cave folk speaking dinosaur. Didn't know you had it in you, to be honest. Du siehst aus, als wärst du bereit, ins Büro zu gehen. Entsprechende Ötzi, hallo geht's noch? Ähm, was tust du, wenn du nicht gerade ein Nickerchen hältst? Ach du Scheiße. Ähm, nichts Gefährliches, hoffe ich. Ähm, nichts zu gefährlich, hoffe ich. Sag mir über die anderen K-Folk. Oh, wir nehmen gut an den kleinen Buggers, in Grundsatz. Sie hängen alle an der K-Folk-Daycare. Ich glaube, das ist, wo du weg gehst, oder? Genau, K-Folk-Daycare. Danke für das Gespräch. Danke für das Gespräch. K-Folk-Daycare ist gerade vor. Du solltest wahrscheinlich zurückkommen. Oh, bevor du wegst? Ja. Kannst du nur ein bisschen näher kommen? Ähm. Ähm. Okay, wir probieren's mal aus. Okay. Okay. Ich will nur einen kleinen Sniff. Ehm. Ein Sniff? Was ist hier passiert? Warte. Ihr seid nicht K-Folk, oder? Ähm. Okay. Aber ich guck erstmal hier. Ranken haben wir auch schon mal eingesammelt. Ja, noch nicht habe ich mir auch gerade gedacht, weil die ja so eine Art Hanteln hinten hatten. Was ist mit dir hier? Und tschüss. Okay, können wir dem folgen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Können wir das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, wie eine Falle machen? Na. Ranken? Na. Auch nicht. Hm. Achso, da sind die... Naja, gut. Okay, zur Kindertagesstätte sollten wir auch noch gehen, aber wir gucken mal eben... Da ist ja noch ein Weg. Oh, die ist aber anscheinend hier. Ähm. Nehmen wir nochmal spaßeshalber erst den zweitgrößten. Nein, nicht. Kann ich es nicht ändern. Sie können es ändern. Na komm. Gut. Ich fühle mich, dass ich ein bisschen stärker bin. Müssen wir das jetzt öfter machen, damit er stärker wird? Machen wir jetzt den mittleren nochmal. Ich hoffe mal, dass es so ist, wie ich denke. Power up, ich habe nur so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt mit denen rede, ob man da eventuell irgendwas mit triggert. Deswegen, oh, jetzt ist er ganz weg. Okay. Ähm. Okay. Vielleicht sollten wir doch erstmal mit denen reden. Da kann man, da kann man auch nochmal hin. Oh Gott. Also, wir machen erstmal das rechts. So viele Möglichkeiten. Okay, mit denen kann man wahrscheinlich reden. Ich weiß, die K-Folk haben nicht wirklich gelernt, zu sprechen, aber dein Son macht mich ein bisschen inadequat und weich hier. Okay. Ähm. Ähm. Und das ist richtig. Und das ist richtig. Aber mehr kann man hier auch offenbar nicht machen. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier zurück. Die Frage ist, ist da jetzt noch irgendwas Interessantes oder wir gehen jetzt erstmal hier links reingucken, würde ich sagen. Haben wir jetzt so viel Mühe gemacht. Oha, okay. Warum ist das hier so dunkel? Oh. Was ist denn mit dem passiert? Soll ja genug Beweise dafür geben. Ja, dann nimm mit. Autsch. Das hat meine Hand nur verletzt. Ich werde etwas brauchen, um das Glas zu überprüfen. Hm. Den Stein vielleicht? Felsen? Well, hallo da. Setz die Phasers, um zu überprüfen. Ich sollte das Ding kallibrieren, bevor ich es benutze. Okay, mach das. So cool. Ich glaube, das Ding könnte überprüfen, über alles. Oh. Es hat drei Phaser-Charges left. Hey, da. Das sieht ein bisschen kompliziert. Äh? Wie wirst du auf diesem Planeten gelandet? Wie wirst du auf diesem Planeten gelandet? Ich hab's gewusst. Ja, ist jetzt die Frage, ob, ähm, also ich hab's jetzt so verstanden, dass er mit ihm zusammengekracht ist und der jetzt nicht die Erde treffen würde. Ähm, es kann aber natürlich sein, dass er jetzt aufgrund dessen, weil er mit ihm zusammengekracht ist, die Erde trifft. Mal schauen. Wie auch immer, danke für das Gespräch. Oh, der arme Dosen. Moment, das steht doch gerade... Okay. Ja. Können wir hier irgendwas... Ah, ob man das eventuell mit dem Felsen kaputt machen kann, das andere? Äh... Wie Game Over? Hast du gerade eine Glasscherbe aufgesammelt? Mit deinen bloßen Händen? Ja. Ja. Versuchen wir das noch einmal. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Now, where was I? Muss ich denn... Muss ich denn irgendwie anziehen oder so? Nein, nicht mit dem Knopf, mit dir. Die Glasscherbe ist verarschen. Wieso... Wieso darf ich denn die Glasscherbe nicht auf... Hallo? Warte mal. Was passiert denn, wenn ich mir das angucke? A sharp piece of Glass. Looks like it's fallen out of that cracked spacesuit helmet. Ha, ich verstehe es nicht. Hamsterrad... Das ist aber nicht zufälligerweise das Hamsterrad aus Manigmensien, oder? Das wäre aber auch sehr geil, wenn die wirklich... Ich weiß jetzt nicht genau, ob die eine Neuauflage machen wollten oder einen neuen Teil davon, aber ich glaube, sie wollten eine Neuauflage davon machen. Das wäre natürlich geil, wenn die das so in diesem Stil hier machen würden. Wow. Ist das eine Zeitmaschine? Das ist ein bisschen Glück. Ah, okay, verstehe. Also wir brauchen... Vielleicht ein Kaninchen? Fürs Hamsterrad? Das müssen wir dann irgendwie einfangen. Habe ich noch? Ja, den... Den Schmetter... Das Schmetterlingsnetz habe ich noch. Gehen erstmal eben raus. Ich gucke mal eben, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nicht. Aber das Kaninchen ist auch immer weg, wenn ich da in die Nähe hinkomme. Hm. Ja, bleibt uns jetzt im Moment eigentlich nur noch übrig, dass wir jetzt hier oben in die Straße gehen. Aber, da wir jetzt schon wieder nah an einer halben Stunde dran sind, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Bis dann.